hallo leute hallo leute ich würde sagen wir gehen heute wieder in den netter haben wir auch gar nicht abgesprochen oder so mhm ja also wir hatten haben uns darauf geeignet dass wir es noch mal in den never gehen auch wenn es dumm ist und wir sterben werden und ach holt na drum ach holt na drum so dann nehme ich mal equipment mit eis und scheiß nimm ich wieder alles mit ich habe nur mein ich hab ich hab nur fackeln brot werkbank spitzacke und angel na angel brauchst nicht schwert brauchst hab ich alles schon weg ne achs brauch ich nicht achs weg ich hab nur spitzacke eisenschwert fackeln brot und werkbau schaufel braucht man nicht was schaufeln braucht man nicht oder schaufel nö ja es sei denn du willst ein bisschen seelensamt mitnehmen nö ich hab jetzt schwert spitzacke bogen pfeile brot und fackeln jaja holt na drum mhm auch wassereimer die muss doch mitnehmen wenn ich vor allem weil wasser nicht funktioniert ne was ja wasser funktioniert nicht im leser das verdunstet dir ach was hätte ich nicht gedacht und kürbis muss ich mitnehmen ja mein schutz da kommt der juggernaut ja mann wo seiten drin dr dr da haben doch ein verfolgt da haben 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 dann dann daran da haben da haben den bergten sie nicht Nein! Piss! Ich geb Fischhalle! Meins Kind ist eh Beste mit meiner Leder-Mütze, alter. Ich hab Beste Mütze, ey. Ich will dir jetzt echt mit dem Juggernaut... Ich sag schon Juggernaut, ich will dir jetzt echt mit dem... Ach, mach, was du willst. So. Auf zu dem... Du weißt schon... Ach so. Komm dir jetzt vor! Was machst du denn? Den richtigen Weg gehen. Ja, und das leckt wieder. Je, 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 je! Ich liebe das Lecken! So! Wow! Wenn ich jetzt mit dem Lecken runterfalle, ne, ich schwöre... Leck wird hier auch! Ja! Scheiße, hallo! Piss, soll ich dir mal Fälle geben, hol dir deine Hut... Geh an deine Hut, hol deine Kollegen! Ja, da können wir runterjumpen! Da ist ein Magma-Slime! Hast du einen Bogen mit? Wo, Achter? Hast du einen Bogen mit? Gib einen Schelle! Nice! Ach, lass die da unten! Spielen! Okay! Viel Spaß! Ich värld! Ich värld, ichобр MD! Ah, worked my tomorrow! Böh! Stellinger Ja Ne Ich weiß, es scheiße, wenn man hier den Netz ja normalen kann, ich Inte um den Ich hab keinen Kabelsturm mitgenommen! Hast du Wäsche? Whoa! Wie nehm auch.... also kann es doch was kann man in der Hölle gebraucht immer bei jedem Stein mitnehmen die bei mir bei der Bank aus denn sie sind die Brücke haben und die Wand schützend sein und ich bin ja ist doch egal Brücke ist wichtiger ist so Brücken for life ich liebe Brücken, ich liebe sie so sehr wir gehen jetzt runter in den Nether so wo bist du denn jetzt? du bist halt hier komm mal hier hier Tor, Zaun ja geh einfach jetzt verpiss dich du Pisser wo müssen wir lang zum Blaze-Borner? ich weiß gar nicht, warum wir da jetzt hingehen, wir werden eh wieder sterben also wo war das Borner? ja, frage ich mich auch grad hier bist du denn jetzt hinten? ach da ja du gehst zuerst hä? ach da oben ach da oben soll ich kaputt machen? wofür? ja hätte man auch prackeln hätte man auch prackeln hinsetzen können? ja oh oh da hinten ist noch ein Spawner irgendwo irgendwo da hinten, kommmit kommmit ah area clear negative 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 du bist hier es leckt einfach zu hart, Alter ja Spawner hat zwei solche Dinger oh, oh, oh eh hier oben bist du denn? mach Fackeln hin nein, die müssen ja spornen, wir brauchen diese komischen Dinger es ist mir scheißegal, ich hab keinen Bock mehr auf diese Pisser überall fackeln hin, damit da keiner sporn haha na warte, die müssen auch noch darauf fress ich an übertreib nicht übertreib nicht was? ich wohne immer noch äh, geil wo ist der? da hinter in dem Haus hier na du Pisser jetzt komm hoch wir haben heute Sheldon im Angebot haha für gratis für low, genau warte, Aufnahmenpause hallo wo ist der Blaze? hallo, ich brenne, hallo, ich brenne, hallo, ich brenne na, der Blaze ist irgendwo ich hör den Pisser doch du bist du Schwanzlutscher alter hol ich mir mother fucker mother fuckers, Junge ja, schütt mich nicht ab mother fuckers, Alter aha weggesniped ja mother fuckers, Alter ich will noch mehr Blaze, Brunner und hier können wir jetzt eigentlich die Fackeln wegtun dann hauch ich noch oh, oh, welch ich hatte 48, jetzt hab ich noch 28 22 22 22 hab ich jetzt also ich finde, wir machen noch mehr Blaze Brunner kaputt immer auf falsche Seite ja, wenn wir noch irgendwo, guck mal, wie sieht das aus, ich da da Thumbnail kann ich mir noch mal du musst mir nur noch mal machen, dann will das ja auch mal machen, sie haben noch einen Warte, bleib da! Bleib mal da! Nochmal hinstellen, ohne encroachen! Bam, hab! Du bist ja jetzt unten links! Ja, ich komme! Du kommst auch von hier da so... Ey, das ist lila Pilze, die will ich haben! Er springt da einfach runter! Wie behindert ist das denn? Aua! Wie kann man nur einfach runterspringen? Hat nur noch ein Leben! Eher drum! Ich hoffe nicht reichen, die paar Dinger die ich noch hab! Hä? Wir brauchen mehr Glowstone! Ja, bau dich einfach hoch, ohne mir zu... Ich mach mir ne Treppe! Kurzweil! Hat Pilze! What do you want to me, bitch? Das hab ich 8 lila Pilze! Cool! Baust du dich denn lang hier, alter? Puh! Ja! Noll! Was? Treppe! Komm da einfach hier! Hoch, bau uns einen Stein weg! Ich wär da fast runterge... Klatscht, alter! Ich klatsch dich gleich weg, ey! Ich spiel jetzt mit F1! Ja, hol! Okay, tschüss! Ich spring dann runter! Tschüss! Au! Ich bin einfach runtergesprungen, alter! Und es leeeeckt! Ja, bei mir auch grad! Jetzt nicht mehr! Puh! So! Moment! Mhhh! Schmeckt gut! Mh, mh! Äh! Verschluckt! hmmmmmm! Ich brauch clouster. Ich sammle hier grad dic clouster. Miese Brise! Clouster und Krise! haha ich weiß was ich lecker bin gestern hey baby so ein paar nether stones abbauen für nether house kannst du machen ey du weißt du gestern lecker kommt ja lang wir haben einen scheiß über den holen oder so und dann hey hey ich weiß nicht wo ich jetzt hin muss lecker ich höre ein gast ein gast ist hier das ist aber kein guter gast gast hat er um macht er unsere brücke als kaputt haue die kaputt gemacht nein kann ich zurück schießen macht kaputt hey ich bin kurz vorm sterben aber nur kurz davor mhm dann ist er doch gut wird er nicht achter ist er besser präsentiert nur gab es dir doch ich stehe mal kurz ein bisschen die sie reagiert wird um das stehen man steht geht so genau wird das glaube ich keiner wissen doch das schreibt er weg drunter wo bist du ich bin hier jetzt bei dem Ding wo ich runtergejumpt bin na kommt wieder her oh ihn denn bitte wieder oben ja hier oben hallo 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 auch ja schon drüber nennen wer hat mit weisen Klamotten und da ist noch schlimm in der männern großteile aus der Idee das langweilig geschossen ich habe gar nicht verloren noch alles wo ist der Pisser ich bin noch voll auf Pels wo ist er jetzt ach da hinten ich habe ihn gekillt mit einem Schuss ich habe mich voll erschrocken mit dem Sound also wow ich bin auch